Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben, Schrägstrich Varus Biker Edition. Ja, ähm, für mich ist es jetzt schon etwas länger her. Für euch nicht. Ihr kriegt das, glaube ich, immer am nächsten oder übernächsten Tag zu sehen, die Folgen. Nur, ich hatte jetzt eine Woche Pause, weil ich ja mal vorproduziere. Und ich muss jetzt mal genau gucken, was ich denn noch zu tun habe. Kavalonshütte, können wir nicht machen. Ring des Wassers, was müssen wir denn da machen? Der Ring ist für die Wasser... Da können wir mal runter zum Hafen, nach Laris gehen. Und eventuell eine Quest mit ihm machen. Mal gucken. Wir wollen ja auch etwas Spannenderes machen, ne? Ich guck gerade mal. Ah, super. Einen habe ich. Falls wir den benötigen, weiß ich noch nicht, aber wir können ja trotzdem mal gucken. Gut. Ähm, am besten... Ja. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich weiß es auch nicht. Ich frag mich hier... Ich frag mal kurz hier dem hier. Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden. Das wissen wir. Schade. Hörst du schlecht? Einen Schritt weiter und ich hacke dich in Stücke. Ja, sorry. War zu weit vorne, als wir mit dem gesprochen haben. Aber ist ja auch in Ordnung jetzt. So, was wollten wir machen? Ach ja, wir haben ja null Lernpunkte. Wir brüchten eigentlich welche. Aber nicht jetzt. Wir wollen... Mal kurz zum Markt. Und müssen mal bei... Wie heißt denn der? Zuris. Zuris Tränke. Da müssen wir mal nachgucken. Ob der was zu verkaufen hat, was wir benötigen. Muss ich erst mal gucken. Und wenn er was zu verkaufen hat, dann kaufen wir natürlich die Sachen gleich. Gucken wir aber erst mal, bevor ich sage, was es ist. Zuris. Zuris. Zeig mir deine Ware. Genau. Ja, der hat welche. Und zwar, die gehen nur 2 Minuten und haben einen Wert von 20. Da brauchen wir nicht den hier... Benützen 5 Minuten. Den können wir da vielleicht für einen längeren Weg oder so benutzen. Da sind dann 20 Gold einer. Das wären 6. Das wären 120 Gold, ne? Komm, dann kaufen wir die mal. Schade sind sie nicht... Äh, äh, schade? Schlecht sind sie nicht. So. Deine Schuhe draus. Gut, jetzt haben wir 6 Stück. Das bedeutet, auf kurzer Distanz können wir lange sprinten. Und das sind ja sozusagen die Tränke aus dem ersten Teil. In der Art, wo es diese Schnelligkeitstränke gab. Und ja, jetzt können wir mal mit Laris sprechen. Unten am Hafen. Mal gucken. Dum, du, dum, du, dum. Da steht da Laris am... Oh, es wird dunkel, ne? Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, komm, dann legen wir uns mal noch in diesem Bordell. Zur... Roten Laterne. Ins Bett. Ja, genau. Das sind neue... Ich glaube... Das war in der Normal nicht so. Das sind neue Animationen von Varus Biker. Da gibt es auch noch viele mehr Sachen, die neu dazugekommen sind. Aber wir legen uns jetzt hier erstmal ins Bett und schlafen eine Runde. Bis zum nächsten Morgen. Zack. Und schon sind wir ausgeruht. Und können jetzt mit Laris sprechen. Alles gleich. Weil in der Nacht losgehen ist nicht unbedingt immer so das Beste, was man machen kann. So, Laris. Äh... Ja, okay, lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Wohin? Ja, zum Hof waren wir schon. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Ich glaube, für den längeren Weg nehme ich lieber meine gute Doppel-Axt mit. Die hat er genommen für... Dann wollen wir mal. Folge mir. Okay. Das hat er nämlich gemacht. Oder die Doppel-Axt nimmt er auch durch diesen Varus Biker Edition. Da die Axt ein bisschen stärker, glaube ich, ist als sein Schwert. Weil das ja eigentlich Laris Hauptwaffe war, auch im ersten Teil. Und diese Varus Biker Edition ist im Grunde genommen dafür da, dass dieses Gothic-Feeling aus Teil 1... Und... Äh... Ja, dass die Welt einfach lebendiger wird. Ne? Zum Beispiel durch diesen Tanz in der roten Laterne. Und finde ich deswegen schon mal gar nicht schlecht. Aber so groß war der Zorn Belias... Aber so groß war der Zorn Belias... Dass er übers Land kam... Und das Tier verletzt. Weiß ich nicht mehr, was der da sabbelt. Den wollen wir erstmal nochmal umgehen. Das machen wir später. Weil da können wir dann später, äh... Ja. Ihn sagen, dass er da... Hm. Ich wüsste gerne, ob der Laris jetzt stehen bleibt. Bei der Route. Wollen wir mal probieren nochmal? Pass auf, wir speichern nochmal ab. Dann probiere ich das Ganze einmal nochmal. Weil so haben wir zumindest ein Ork weniger, ne? Das wäre ja schon mal nicht schlecht. So, Laris. Bleibst du da stehen oder gehst du weiter? Ne, der geht weiter. Wenn man über die Höhe des jeweiligen Charakters geht, dann geht der weiter, ne? Genau. Ja, also bringt es nichts. Wir müssen da später nochmal hin. Und den Ork zu töten. Aber das kann ein bisschen dauern, weil so... Also die Orks sind richtig stark. So wollte ich das mal sagen. Deswegen, das ist mal gar nicht einfach. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Ja, natürlich kann ich das. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orgkriegen. Was hat Kavallon damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Das stimmt, Laris, das stimmt. Ja, äh, dann lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Natürlich. Das Praktische ist, wenn man so einen Follower hat, also wo man hinterherlaufen muss und mit ihnen irgendwie eine Quest machen soll oder so. Meistens sind die Charaktere erstens unverwundbar und zweitens unheimlich stark. Und dann hat man auf jeden Fall einen, wo man, wenn man am Anfang halt noch nichts reißen kann oder stark ist oder so. Dann hat man auf jeden Fall wen, äh, bei dem man, ja, gut leveln kann im Endeffekt, ne? Ja, hier kommen wir an den Molorets vorbei, wo wir hier nochmal genauer gucken müssen, was einsammeln müssen. Das kommt aber alles später. Keine Sörge. Erstmal bringen wir hier mit Vatras, äh, mit Vatras. Was ist los? Geht's noch? Ja. Klar geht's noch. Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ja, natürlich. Äh, ich hab ihm Vatras gesagt, stimmt gar nicht. Mit Laris das Ornament wieder zurückbringen, genau. Oh, da kommt jetzt der erste Gegner. Müssten wir dann noch Level Up sein. Yo. Level Up. Warte mal. Äh, hoppala. Und der nächste bitte, Laris. Nochmal 60 Erfahrungspunkte. Oh, danke. Das passt mir alles in den Kram rein. Das ist alles gut. So kriegen wir echt viele, viele, viele Experiences, die wir auch benötigen. Weil wir sind ja jetzt erst Level 5 oder Stufe 5, eher gesagt. Und da geht noch einiges. Gothic 1 sind wir ja, glaube ich... Oh, ich weiß gar nicht mal, was für Level das war. 40? 50? Also es war auf jeden Fall, äh, auch ein hohes Level. Äh, die Sachen hier, die sammeln ich später ein. Ich mach jetzt nur das Nötigste, wenn Tiere umfallen. Weil, wie gesagt, es ist ein bekannter Bug oder so, dass die Leute einfach weiter rennen. Obwohl man was aufsammeln möchte oder so. Ja, solange Laris ungesichtbar ist, können wir ihn auch kämpfen lassen. Na los. Super. 40 Stärkepunkte fühlen uns da noch. Machen wir mal so ein Bescheid. Reichweite haben, wollte ich gerade sagen. Ich bin gerade konzentriert. Nicht, dass da auch uns losgerannt kommt, dieser Goblin. So, alles einsammeln, was die Goblins haben hier. Zack, zack, zack. Und dann geht es weiter. Einfach Laris folgen. Und immer so ein bisschen auf Distanz bleiben. Dann kann eigentlich gar nichts passieren. Klar, die Gegner sind für... Mach mir jetzt nicht schlapp. Nein. Lass uns weitergehen. Quatsch nicht so viel. Genau. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ja. Äh, was ich sagen wollte ist, äh... Dass normalerweise die Gegner hier am Anfang recht schwer sind. Aber, äh, dadurch, dass man halt Laris hat und, äh... In einer gewissen Entfernung bleibt, eigentlich recht easy sind. Weil er tötet die ja für uns. Oh, eine Steintafel. Laufflieder. Laufflieder. Wollte das, was später erst einsammeln, aber was wir einsammeln können, ne? Sammeln wir einen auf dem Weg. Na los, mach ihn kalt... äh, mach ihn kalt. Das war's mit dir, Mistvieh. Genau. Können wir hier nochmal die Pfeile plündern. Eine Säge. Pfeile. Pfeile. Bleibt der da stehen? Ja, gut. Pfeile. 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 Und dann können wir nämlich hier einsammeln in der Zeit, wenn der da stehen bleibt. Pfeil. Spruchrolle. Boah, sind das viele Spruchrollen, die wir hier finden. Spruchrolle, Spruchrolle, Spruchrolle. Lederbeute. Ne Fackel. Pfeile. 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 Roste, Geschwert. Lederbeutel. Ich finde ja sowieso, dass der zweite Teil... Pfeile. Pfeile. Dass der zweite Teil irgendwie mehr Items, äh... in der Gegend rumliegende, was man aufsammeln kann und so, ne? Zumindest finde ich das so. Kann mich natürlich auch täuschen. Aber es kommt mir halt so vor. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Okay. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. In der Tat. Dann lass uns mal weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Natürlich. Da ist wieder ein von diesen Drecksviechern. Oh, oh. Ich eile dir zur Hilfe. Ich will lupen. Danke. Warte mal. Warte mal. Bleib mal stehen. Nicht weiterrennen, unendlich. Muss noch aufsammeln. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Gut. Können weiter, Laris. Oder warte mal. Warte mal. Bleibst du stehen? Der haut mir ab. Sieht da, Leute? Da läuft er dann automatisch weiter. Und da muss man dann halt in seiner Nähe bleiben. Sonst ist er weg. Und man muss die Monster alleine besiegen. Das finde ich echt bescheuert. Aber naja. Was soll man machen? Da kann man nichts machen, würde ich sagen. Kannst du noch? Ja. Ich höre hier was. Ich muss mal kurz was gucken. Nein, nichts. Okay. Ich dachte eben, da höre ich was. Gut. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und dann gehen wir den restlichen Weg zu Vatras, den Wassermagiern allgemein. Aber wir haben schon 100 Lebensenergie. Wow. Naja. Egal. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.